Hallo bei Paint.net für Dich, mit einem weiteren Plugin für die einfache Bildbearbeitung. Es heißt Distort This und bedeutet etwas verzerren. Du kannst damit Bilder perspektivisch verändern und sie damit beispielsweise abgeschrägt in einen Rahmen einpassen. Und so geht's. Du hast eine Datei mit zwei sichtbaren Ebenen. Auf der unteren Ebene befindet sich der Bilderrahmen und auf der oberen Ebene das Bild, das in den Rahmen eingepasst werden soll. Die obere Ebene ist aktiviert. Jetzt gehst Du zu den Effekten in das Menü Verzerren und rufst die Funktion Distort This auf. Hier ist das entsprechende Interface. Es besteht aus zwei Teilen. Links ist der Arbeitsbereich und rechts sind die Optionen. Der Arbeitsbereich oder das Work Area ist mit einer roten Linie umrahmt und hat an den Ecken diese kleinen weißen Knöpfe. Das sind die Naps. Klickst Du auf einen solchen Knopf, dann aktivierst Du ihn. Seine Farbe wechselt damit zu hellblau. Jetzt kannst Du mit gedrückter Maustaste das Bild von dieser Ecke aus verzerren. Das machst Du mit jeder Ecke so lange, bis das Bild in den Rahmen passt. Danach die Ebenen zusammenführen, eine Auswahl aufziehen, auf diese Markierung zuschneiden und fertig. Über die Hilfe zum Plugin gibt es noch drei Hinweise. Mit den Pfeiltasten bewegst Du die ausgewählte Ecke um genau ein Pixel. Mit der Tab-Taste springst Du zur nächsten Ecke. Und mit Doppelklick auf einen Knopf kannst Du direkt Koordinaten eingeben. Doch zurück zu den anderen Optionen. Mit Set Work Area bestimmst Du die Arbeitsfläche. Der Mauszeiger wechselt von Pfeil zu einem Kreuz. Wenn Du dann die Auswahl aufgezogen hast, wird der Mauszeiger wieder zum Pfeil und der Haken bei Set Work Area verschwindet. Der Bereich außerhalb der Auswahl wird transparent und schraffiert angezeigt. Entfernst Du den Haken bei Alpha Transparent, wird der Rest mit dem Bildausschnitt aufgefüllt. Mit Mirror X wird die Verzerrung durch einen Knopf waagrecht gespiegelt. Mit Reset Knaps setzt Du die Knöpfe wieder auf Anfang. Eine senkrechte Spiegelung bekommst Du mit Mirror Y. Mit Translucent Window machst Du das Interface durchsichtig. Das ist insbesondere bei großen Bildern von Vorteil. Mit der Forced Perspective, der erzwungenen Perspektive, können optische Täuschungen erzeugt werden. Gerade bei abgeschrägten Kanten ist eine Kantenglättung notwendig. Die kannst Du mit diesem Schieberegler unter Anti-Aliasing einstellen. Mit Reset Knaps und Work Area kannst Du die gewählte Arbeitsfläche und gleichzeitig die Knöpfe wieder auf die Grundeinstellung setzen. Soviel zu den Optionen. Hier noch kurz ein paar weitere Beispiele. Das war das Plugin Distort This, mit dem Du Bilder verzerren kannst. An dieser Funktion haben gleich zwei Entwickler gearbeitet. Erst Techno Robo und dann 2Hit 2001. Deshalb gibt es auch zwei Versionen. In diesem Video hast Du die neuere Version 2.8.0 von 2Hit 2001 kennengelernt. Das sind die Einstellungen mit der deutschen Übersetzung. Das war´s mal wieder Dankeschön an beide Entwickler und ein Dankeschön an Dich fürs Zuschauen. Tschüß bis zum nächsten Plugin in pin.net Und dann lasst das Knot. Das ist die eine Schieberegler.